ich habe keine also wie kam tut der geschickskassel achte scheiß ich hab die passenden mütze auf okay ich auch hast du da geht ein countdown runter okay ich werde so tun als ob ich dich nicht kenne ja basti ach lol das ist viel breiter als ich dachte ich bin wieder am anfang nein du musst immer dahin gehen wo gerade erst eins war dann ist das auf klood you get me das war unfair das war unfair ah okay oh no okay randomizing hey 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 yeah boah da kam brot raus ge потер Sometimes behaved hart ja ich bin in meiner seitlichen schlechte wahl eine schlechte wahl getroffen entschuldigung ja kannst du springen es war irgendetwas irgend special event ich hänge ich bin runtergefallen ich bin zu gut kurz vorm ende bin ich runtergefallen aber jetzt eigentlich schwimmen ich bin runtergeflogen ich bin runtergeflogen i don't know von black floyd ist das die dunkle seiten version von ich hab das ziel gesehen aber ich bin untergefallen jetzt macht er auf okay einfach einfach hast du musst nach links nein ich will dass sie aufgeht dies kann auch aufgegangen und was die jedoch links und dann rechts oder so du hättest schon eher drin sein können ja 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 kaum so ein bullshit alter die eine stelle wo ich runtergefallen war komplett letter bullshit ja komm ich habe konstanz cool ja ja ich bin zu viel runtergefallen du blödes arschloch warum machst du denn da weg also ich raus nicht ganz nein das ding hat nicht weg was sie ist mal nichts weiter jungen hauptsache bei mir läuft was sie von dem ziel weg Use space to jump? Aha. Oh ja, okay. Oh Gott, yo, alles klar. Ihr habt den Hakeshys Castle damals gesehen, oder? Ja. Nein, das war... Nein! Ach, lol. Hakeshys Castle. Ey, man fliegt viel zu weit, Alter. Hakeshys Castle war immer richtig cool, vor allem dieses Steingame, wo die über diese kleinen Inseln wirst, und was das jetzt darstellen soll. Ich hab überhaupt kein Plan mehr, was die da gemacht hat. Ich hab die Knauze gelegt. Ja, das ist wahrscheinlich ganz witzig. Oh, 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 nein. Ah, ich bin runtergerutscht. Oh, okay, das ist, ja, na. Okay, guck mal, das sind die Precision-Dinger, ja, da war ich nicht gut. Oh, okay, man kann nicht darüber springen. Schade. Ja, komm, Alter. Solche Maps sind kein Gegner für mich. Nein! Okay. Oh Gott. Jesus! Ey, es ist so desingend. Bei mir warst du achtmal runter, Niklas. Ja, Junge. Ich schwöre, du bist so eine Surfbrettlänge vor dem Surfbrett bei mir. Also, willst du jetzt sagen, dass das Spiel desing ist? Ich glaub, das hatten wir schonmal. Tatsächlich. Wir sollten so einen Running-Gag daraus machen, wo wir das immer wieder sagen, obwohl wir das alle schon wissen. Das wäre, glaub ich, witzig, oder? Ich glaub nicht. Also nicht, wenn du es sagst. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Basti, du hast nicht runtergehauen. Nein! Jetzt hör doch auf, Mann! Lass mich doch runter, nein! Ja! Oh, Mann! Das hab ich wieder nicht ganz gerafft, was wir hier machen sollten. Ich finde, man sollte so ein bisschen... Du hast gar keine Zeit, dich darauf einzustellen, was du machen sollst, weißt du? Du wirst einfach immer instant reingeworfen. Äh... Wo müssen wir ihn schießen? Nein! Oh! Ah! Ne. Ah! Ich war doch save! Okay, ich war dann. Ich war doch save! Hä? Voll cool, Eiler! Ah! Nein! Ich bin hochgeflogen! What? Ja, komm, erscheint es nicht, aber... Komm her! Ach ja! Komm her! Komm her! Oh, das ist das letzte Game dann, oder? Ja! Ja! Komm her! Eigentlich? Nee, nee. Das vorletzte. Vielleicht ist das letzte auch so ne Dings, wo man drüber guckt, Basti. Ja, das kann sein. Warum komm ich da nicht rein? Aber ich krieg's auch nicht hin. Von wo hat ein Basti sich reingeschossen? Von rechts. Hä? Wo? Ach, die Ungehalter. Ja, klar. Ich treffe das immer, aber halt nicht das Ziel, sondern einfach den Wagen irgendwo. Ich hab immer ein Bild, also ich hab davor gezielt, so ein bisschen, aber... Ja. Ja. Ist das richtig schossen? Mach das bestimmt genauso. Komm her, wagi-wagi-wagi. Ähm. Cool. Das war die wagi-wagi. Das war die wagi-wagi. Das war die wagi-wagi. Ey, ich schwöre, das ist so possible. Hä? Ich hab so daneben geschossen, ne? Wunderbar. Ja. Okay, thank you for playing. Okay, designed by Black Floyd. Okay. Ja, durch. Hallo. Ich hab' mich hier unten reingeschossen. Wie, dafür kriegst du noch ein First? Ach, als ob. Hä? Was ist der Bullshit? Achso, da oben. Ich hab' mich unten reingeschossen. Jetzt einfach gleich schon wegen der Wichse. Cool. Basti ist der echte Gewinner. Aber die haben das gedacht, du hast auch verkackt, das ist sad, ne? Also. Ja, was ich verkackt, das ist nur der Endscreen, alter. Ich dachte nicht, dass es noch weiter geht. Herzlichen Glückwunsch an Basti, der hier den ersten Platz gemacht hat. Dankeschön. Danke, danke, danke. Dreiste Lüge, alter. Bei Gleichstand geht der erste Platz an den, der öfter erster war. Ganz klar. Also an mich. Was? Also an mich. Du hast nicht gesagt, dass zwischen den beiden entschieden wird. Ich hatte auch mehr erste Plätze als du, ne? Insgesamt gesehen. Achso, von den Plätzen meinst du? Ich dachte, insgesamt. Ja, wahrscheinlich praktisch. Von Golf. Das hast du nicht genug, äh, gut genug ausgedrückt zu sagen. Das gab' die Regel, alter. Du hast es nicht gut genug ausgedrückt, alter. Der, der schon öfter gewonnen hat. Ja. Bei Tetris. Hä? Was? Du musst ja irgendein anderes Game, wo du öfter gewonnen hast, dann nennen. So. Hm.